7 Gründe, warum du auch den Avocado-Kern nutzen solltest Auch wenn der Geschmack etwas bitter ist, lohnt es sich den Avocado-Kern zu verwenden, um die antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften zu nutzen. Die Avocado ist eine vielseitige und köstliche Frucht, die schon seit langem in verschiedensten Rezepten verwendet wird. Viele verzichten darauf, da sie befürchten durch die enthaltenen Kalorien und Fettsäuren zuzunehmen. Doch gerade diese Fettsäuren und andere Wirkstoffe der Avocado sind sehr gesundheitsfördernd. Der Avocado-Kern landet meist unbeachtet im Müll, doch aktuelle Studien lassen vermuten, dass auch dieser wertvoll Nährstoffe enthält, die unserer Gesundheit sehr zuträglich sind. Der Avocado-Kern ist reich an Ballaststoffen, Aminosäuren und Antioxidantien, welche verschiedenste Organfunktionen fördern. Heute nennen wir dir 7 Gründe, warum auch du die Kerne dieser leckeren Frucht nutzen solltest. 1. Der Avocado-Kern reduziert den Cholesterinspiegel Schätzungsweise befinden sich 70% der essentiellen Aminosäuren der Avocado im Kern. Am besten kannst du davon durch das Öl der Frucht profitieren, das hilft, erhöhte Cholesterinwerte zu kontrollieren und so das Risiko verschiedener Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduziert. 2. Enthält Ballaststoffe Es wird vermutet, dass der Avocado-Kern mehr Ballaststoffe enthält, als irgendein anderes Nahrungsmittel. Ballaststoffe fördern den Verdauungsprozess, denn dadurch werden Nährstoffe besser aufgenommen und die Darmtätigkeit gefördert. Der Avocado-Kern kann sowohl bei Durchfall als auch bei Verstopfung helfen. 3. Beugt gegen Entzündungen vor Die Wirkstoffe des Avocado-Kerns sollen auch gegen Entzündungsprozesse helfen, insbesondere bei Darmtrakt-Entzündungen. In verschiedenen Gebieten Südamerikas wird der Avocado-Kern verwendet, um Entzündungen und entzündungsbedingte Magenbeschwerden zu lindern. Außerdem hat der Kern positive Wirkungen bei anderen entzündungsbedingten Erkrankungen, wie Arthritis oder Osteoarthritis. 4. Stärkt das Immunsystem bereits Bei den ersten Grippe- oder Schnupfen-Symptomen empfiehlt es sich, den Avocado-Kern im Laufe des Tages einzunehmen, um eine Schwächung des Immunsystems zu verhindern. Der Kern der Avocado enthält Phenole, die bei Viren- oder Bakterieninfekten helfen und das Immunsystem stärken. 5. Hemmt vorzeitige Alterung Mehr als 50% der Antioxidantien der Avocado befinden sich im Kern. Diese sind für den Organismus unentbehrlich, sie bekämpfen freie Radikale und schützen deshalb vor einer vorzeitigen Alterung. Avocado-Kerne halten jung und stimulieren die Kollagenproduktion, so bleibt die Haut straff und faltenfrei. 6. Stärkt das Haar Du kannst den Avocado-Kern auch äußerlich verwenden, um die Haare mit Nährstoffen zu versorgen und zum Glänzen zu bringen. Wusstest du, dass dieser Kern auch gegen Schuppen oder Läuse verwendet werden kann? 7. Hilft zum Abnehmen Der Avocado-Kern kann auch verwendet werden, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Hohe Blutzuckerwerte stören die Stoffwechselfunktionen und erschweren den Gewichtsverlust. Der Avocado-Kern hilft, dies zu kontrollieren und wirkt außerdem auch sättigend, so kannst du vermeiden, während des Tages unnötige Kalorien einzunehmen. Wie kann der Avocado-Kern konsumiert werden? Der Kern der Avocado kann auf verschiedene Weise eingenommen werden, getrocknet, in Pulverform, geröstet, gerieben und so weiter. Du kannst den Avocado-Kern folgenden Zubereitungen zufügen, Salaten, Säften, Shakes, Tees, Suppen, beachte, dass der Kern leicht bitter schmeckt. Deshalb sollte dieser immer in kleinen Mengen verwendet werden. Die Avocado ist ein Geschenk der Natur. Nicht nur das Fruchtfleisch ist reicher Nährstoffen, auch der Kern kann genutzt werden. Auch wenn der Geschmack nicht allen zusagt, empfiehlt es sich auch den Kern der Avocado in die Ernährung einzubauen, um damit die Gesundheit zu pflegen.